also ich lass ja schon mal gelohnt wir werden jetzt wirklich mal in die richtung gehen einfach nur mal um zu gucken was da ist und wenn da nichts ist ja war ja klar man läuft mal gegen eine wand ok das ist überraschend weil das macht er sonst eigentlich nicht sonst gibt es immer eine logische erklärung warum der level ändert das ist erst mal ich erlebe das ist wirklich einfach nur eine unsichtbare wand ist level zu ändern ist schon fast ein bisschen enttäuschend wieder ach wenn haben wir denn da also das ist jetzt überraschend dass wir zu salat hier mal habe ich gerechnet aber nicht mit ihm oh mackenzie so you're still alive hey yo methuselah you appear in the strangest places you've left your mark and have overcome great odds so far but this part of the world still holds some secrets i'm not sure this is the right time for there are still stories that need to be told if you wish to play a part in them there is always time for that but if you are in a hurry by all means go nobody would fault you for continuing your journey onward you know it's been a hell of a slog out there never mind that damn bear I nearly died more times than I care to count it couldn't have been easy for you either you seem strangely calm about the hostility of this place I have wandered these paths a long time friend I was a walker now I'm a watcher I'm here to observe these times and help where I may as strange as it is to run into you again it's good to find a familiar face in all this frigid wilderness and keep to your paths if this is a reckoning as you say I hope ours cross again okay also wie er schon sagt theoretisch na können wir noch hier bleiben hier gibt es noch sachen die man entdecken kann aber das ist ja ganz simpel so eigentlich wollen wir es nicht aber wir müssen noch vielleicht gar so So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Vielen Dank. Tja, haben wir das wenigstens gemacht, aber die lichter leuchten nicht, wahrscheinlich nur zu früh in der nacht ... ... Oh, oh, oh. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja genau die Mission. Ja. 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 Das war ja jetzt nicht können. Wo der Fahrstuhl funktioniert, das war auch nicht jetzt können. Ja, das ist ja. 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 Okay, was war das? Eine Fehlermeldung. 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 Warum nichts passiert? Eine Fehlermeldung. 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 Oh, oh, oh. Tja, ist denn dieses Strahlen nicht jede Nacht? Stimmt, jetzt wo ich es gerade sage, das Strahlen war auch nicht jede Nacht. Ja, aber wann ist denn dann das Strahlen? Ja, was machen wir denn jetzt? Tja, ich meine, wann mache ich jetzt? Mich hinlegen und schlafen? Das war eine berechtigte Frage, oder? Wann läuchtet denn der Himmel? Das war's. 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 Und demande um sich jetzt echt mal eine wiki ... Fragen also von daher würde ich sagen endlich mal hier die Folge ob sie denn hier endet architects seht er dann und danke euch fürs zu sehen tschüss Untertitelung. BR 2018